Ich hoffe eigentlich, dass eins mit mir verbunden bleibt und das ist eigentlich, dass wir die BASF unter meiner Zeit nochmal auf einen ganz anderen Pfad gesetzt haben, was den Klimaschutz angeht. Wir schauen heute zum Beispiel viel mehr auf Social Skills. Das Wichtigste ist, egal für was man sich entscheidet im Leben, das muss man Begeisterung auslösen. Man kann nicht aus Kalkül einen Beruf ergreifen, wo man sagt, der hat ganz gute Aussichten, aber ist nicht so mein Ding. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Young Economist. Mein Name ist Juri Galkin. Und ich bin Lorenzo Wienicke und es ist uns eine große Freude und Ehre, dass wir heute hier in Ludwigshafen der größten Chemiefabrik der Welt sein dürfen, bei der BASF mit dem CEO Dr. Martin Brudermüller. Danke Martin, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Wir haben viele Fragen mitgebracht, doch wenig Zeit, daran würde ich vorschlagen, beginnen wir gleich. BASF ist mit fast 80 Milliarden Euro Umsatz eines der größten deutschen Unternehmen und man hat auch was von BASF gehört. Wenn ich jetzt aber den Supermarkt spaziere, sehe ich kein Produkt von euch. Was macht überhaupt die BASF? Ja, also zunächst mal freue ich mich, dass wir heute Gelegenheit haben, ein bisschen Fragen zu beantworten. Mache ich wirklich sehr gerne. Und es ist natürlich gerne eine Einstiegsfrage. BASF ist ein riesengroßes Unternehmen und dann, wenn man genau guckt, was sind denn eigentlich die Produkte? BASF ist tatsächlich das größte Chemieunternehmen auf der Welt. Die Größe zwar an sich sagt natürlich nichts und ist auch kein Wert, aber sie sagt ein kleines bisschen darüber, dass wir natürlich auch ein extrem breites Portfolio haben. Und man kennt diesen Werbespruch Intel Inside und so würde ich sagen, bei BASF ist es ganz ähnlich. Bei vielen Produkten, die ihr oder sie benutzen, ist BASF auch drin. Und wenn man so mal ein bisschen aufspannt, was wir eigentlich machen, dann ist auf der einen Seite etwas separierter und ein eigenständiges Geschäft, das ganze Geschäft sozusagen mit der Landwirtschaft. Das heißt, das sind Saatgut und Chemie sozusagen für den Pflanzenschutz. Und es spannt sich dann rüber in allen möglichen produzierenden Gewerben. Deswegen die BASF ist eigentlich auch immer ganz gut, wie man so im Englischen sagt, ein Proxy für die Industrieproduktion, weil wir im Prinzip Chemikalien in praktisch alle Wertschöpfungsketten liefern. Das geht dann von der Papierfabrik zur Kunststoffverarbeitenden Industrie, Farbenindustrie, pharmazeutische Industrie und alle die. Und dann kommt eine ganz große Industrie und das ist die Automobilindustrie. Und das ist zugleich auch die wichtigste für die BASF, weil rund 20 Prozent vom Umsatz der BASF an der Automobilindustrie hängt. Und innerhalb des Automobils ist auch wieder ganz viel von der Bremsflüssigkeit bis zum Kunststoff fürs Dashboard und für den Sitz über die Batterie bis zum sozusagen Engineering Plastics oder Engineering Kunststoff dann irgendwie im Auto Metallteile zu ersetzen. Also Sie sehen ganz extrem breites Spektrum. Insofern sind wir überall drin, aber keiner weiß, dass es die BASF ist. Das heißt, ihr seid ein klassisches B2B-Unternehmen und andere Unternehmen kaufen eure Produkte, um am Ende uns Kunden, also den Endverbraucher, was präsentieren zu können. Ja, es gibt ganz wenige Dinge, die der Kunde, also der finale Kunde wirklich kauft. Das ist in dem Fall der Landwirt, der wirklich sozusagen der letzte Kette ist, der zum Beispiel unsere Pflanzenschutzprodukte dann kauft. Aber ansonsten ist es richtig, es ist im Wesentlichen B2B. Wir waren neulich bei Ola Kelenius von Mercedes und wenn man sich so ein Produkt von denen anschaut, so ein Auto, so eine E-Klasse, was genau von dieser E-Klasse habt ihr gebaut oder geschaffen? Also wir haben mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Teil dieser Fahrzeuge lackiert. Ich würde mal annehmen, dass es mit der Bremsflüssigkeit und mit der Kühlflüssigkeit der BASF fährt. Dass die Materialien, die sozusagen die Zulieferer einliefern ins Automobil, also von dem Sitz bis zur Stoßstange, viele andere funktionalen Teile im Auto, wahrscheinlich aus Kunststoffen der BASF gemacht worden sind. Und einige der Elektrofahrzeuge haben vielleicht sogar auch schon das Batteriematerial der BASF drin. Okay. Was ist euer erfolgreichstes Produkt? Das ist wirklich eine gute Frage. Da muss ich jetzt mal richtig überlegen. Also ich glaube, ich kann gar kein so Einzelnes benennen, weil es natürlich tausende von Produkten sind. Wir haben schon auch ein paar ganz große, wenn man sich die Batteriematerialien anguckt, die sind noch nicht so groß, aber ich gebe Ihnen einmal so eine Dimension, dass das schon ein paar Milliarden, vier, fünf Milliarden dann sind sozusagen in 2030. Und das dann wahrscheinlich so eines der größten Produkte sind. Aber die Stärke ist eben, dass wir tausende von Produkten haben und damit natürlich auch tausende von Märkten und Anwendungen. Martin, man merkt, du lebst die BASF und das tust du tatsächlich auch. Du hast gerade erst deinen Vertrag bis 2024 hier verlängert und du hast schon direkt von Anfang an deiner Karriere eigentlich hier gearbeitet. Ein erster Job, wenn ich richtig recherchiert habe, war ich hier bei der BASF. Das heißt, du wirst voraussichtlich dein ganzes berufliches Leben hier in Ludwigshafen verbringen für dieses Unternehmen. Was macht die BASF so besonders und die Chemieindustrie so faszinierend, dass du sagst, hier bleibe ich mein ganzes berufliches Leben? Also nächstes Mal, ich hoffe wirklich, dass die mich doch nicht auf den letzten Metern noch feuern, dass ich noch irgendwo anders erneuern muss. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch. In der Tat, ich bin jetzt, wenn dann mein Vertrag zu Ende ist in 2024, 36 Jahre bei der BASF. Dafür sind übrigens 50 Prozent meiner beruflichen Laufbahnen im Vorstand. Ich glaube, das ist auch ziemlich einmalig. Und ja, ich möchte da gar nicht so lange drüber reden, aber es ist eine lustige, interessante Geschichte, weil ich habe mich eigentlich nie beim Unternehmen beworben und ich habe in meinem ganzen Leben nie eine Bewerbung geschrieben. Ich bin hier aber eigentlich bei einem Informationsgespräch dann an der Seitenlinie mal angesprochen, ob ich mich wirklich für das Unternehmen interessiere. Das habe ich dann auch und wir haben dann praktisch auf den letzten Metern mehr oder weniger einen Vertragsabschluss gemacht. Ich hatte dann irgendwann meine Zeugnisse mal in Kopie geschickt. Die hatten die nämlich auch vorher nicht. Und ich bin dann sogar noch ein Jahr lang als Postdoc nach USA gegangen, nach Berkeley und hatte meinen Vertrag vorher. Also insofern habe ich schon an sich einen ganz lustigen Einstieg. Aber vielleicht auch, warum hat mich denn die BASF so interessiert? Ich hatte das Glück, diesen sogenannten Doktorandenferienkurs zu machen, den die BASF seit vielen Dekaden hat. Da laden wir nämlich zweimal im Jahr in der Sommerpause Doktoranden ein von aller Welt. Und die hatten damals, waren das drei Wochen sogar, heute ist das Programm ein bisschen kürzer, denn die Möglichkeit, die BASF kennenzulernen. Und wenn man natürlich Chemiker ist und man arbeitet im Labor und man stellt sich dann später die chemische Industrie vor, dann hat man da als Doktorand schon einen ganz guten Einstieg und weiß, was das Unternehmen ausmacht, kennt natürlich sein und sieht dann da auch die Möglichkeiten. Und ich muss sagen, das hat mich damals eigentlich schon so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich glaube, die BASF ist es. Wenn die mich haben wollen, dann gehe ich da hin. Und so kam es dann auch und das Unternehmen hat mir halt über die 36 Jahre immer wieder interessante Perspektiven geboten innerhalb des Unternehmens. Man konnte so viele verschiedene Dinge machen und blieb trotzdem beim gleichen Unternehmen. Da gehörte dann auch dazu, dass ich ja zehn Jahre in Hongkong verbracht habe, in der ganz spannenden Zeit da das Asien-Geschäft von BASF mit aufzubauen. Und ja, deswegen gab es für mich eigentlich nie einen Anlass, dieses wirklich, glaube ich, tolle Unternehmen dann zu verlassen und irgendwo anders zu suchen. Insofern werde ich dann wohl meine berufliche Karriere hier auch beschließen. Das hoffe ich doch auch. Die meisten DAX-COs, die wir getroffen haben, haben BWL, VWL, irgendwas Wirtschaftliches studiert und sind deshalb auch wahrscheinlich DAX-CO geworden. Du hast damals Chemie studiert und bist jetzt CEO. Warum hast du damals dich für ein Chemiestudium entschieden? Ich war eigentlich immer sehr technisch und naturwissenschaftlich interessiert. Das ist auch heute noch so. Ich bin so ein bisschen ein Technology-Freak, Innovationen interessieren. Mich macht da auch privat gern. Ich habe mir früher ein Elektroauto gekauft und zu Hause Geothermie in meinem Haus installiert. Das war nicht unbedingt immer die wirtschaftliche Entscheidung, aber mich hat das einfach immer interessiert. Und da ist natürlich ein Unternehmen wie die BASF, die, sagen wir mal, viel technologische Dinge macht, große Anlagen baut, Verfahrenstechnik. Auf der anderen Seite eben aber sozusagen an der vorderen Front bei Wissenschaft und Forschung ist. Wir haben ja hier in der BASF jeden zehnten von den 110.000 in Forschung und Entwicklung. Also 11.000, 12.000 Leute arbeiten hier in Forschung und Entwicklung. Das hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Und vielleicht, wie das so bei manchen von uns ist, in der Schule scheiden sich bei Chemie ja schon die Geister. Die einen wählen es ganz schnell ab, weil sie sagen, Gott, das will nichts wie weg damit. Und die anderen sind begeistert. Und ich hatte damals das Glück, einen super Chemielehrer zu haben, der das wirklich klasse gemacht hat, der meine Interessen da geweckt hat. Und dann war für mich eigentlich relativ klar, ich wollte damals Chirurg werden oder Chemiker. Ich hatte sogar die Möglichkeit zu beidem. Und dann habe ich dann auch festgestellt, dass meine eigentliche Liebe eher der Naturwissenschaft gilt. Und dann habe ich mich für den Weg entschieden. Und dann bin ich halt als Chemiker bei der BASF gelandet. Wir haben auch einige ganz junge Zuschauer, die meistens sind Studenten, aber auch ein paar Schülerinnen und Schüler, die vielleicht gerade vor der Frage stehen, soll ich Chemie in der Oberstufe abwählen oder nicht? Kannst du einen ganz kurzen Appell geben, warum es sich vielleicht doch lohnt, sich durch die zwei Jahre Chemie in der Oberstufe zu kämpfen? Also ich glaube mal, wenn man nach vorne guckt und wir haben ja in der Tat vielleicht so viele Zukunftsfragen, wie wir nie hatten bisher als Menschheit. Und gerade Sie oder ihr, die junge Generation, müsst vieles von dem eigentlich dann auch in Ordnung bringen. Ich glaube, sehr viele dieser Wege gehen durch die Technologie und Innovation. Und ich glaube, wir brauchen da noch viel mehr. Was mir eine gewisse Sorge macht, ist, dass die MINT-Fächer und die Ingenieurfächer eigentlich eher unterrepräsentiert sind, wir eigentlich nicht genug Nachwuchs haben. Insofern würde ich mal alleine sagen, von den Möglichkeiten nach vorne bieten die Berufe alle, glaube ich, super Möglichkeiten. Und wenn man dann ein bisschen eine Ader dafür hat und sich da auch begeistert und sich auch der Innovation verschreiben will, da kann ich ja jedem nur empfehlen, in die Richtung zu gehen, ob es jetzt Chemie oder Physik oder Biologie ist oder Biochemie. Gibt es ja viele Spielarten, aber ich glaube, dass viele, viele der Zukunftsthemen durch diese Fächer und durch Menschen, die sich daran Begeisterung haben, dann gelöst werden müssen. Also ich glaube, die Zukunftsperspektiven sind wirklich gut. Martin, wenn man sich deinen Job anschaut, du leitest einen Chemiekonzern, das heißt Chemie, dann leitest du aber auch einen Großkonzern, das heißt, du hast viele betriebswirtschaftliche Themen. Und in der Branche, in der du bist, ist das Thema Politik, politische Themen auch ein riesengroßer Bereich. Da reden wir später noch mehr drüber. Wenn du so deinen Alltag unterteilen müsstest, wie viel Prozent deines Jobs ist Chemiker, wie viel Prozent ist Politiker und wie viel Prozent ist BWLer? Also vom Chemiker ist in der Tat in meinem Job nicht mehr so viel übrig, außer, dass ich die Expertise natürlich heftig brauche. Weil natürlich alle Themenstellungen, die auch in den Vorstand natürlich kommen, Anlagen bauen, Forschungsthemen, auch viele Kundenthemen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, es schon immer wieder gut tut, wenn man die Materie versteht und da wirklich auch mitreden. Insofern habe ich damit immer wieder zu tun, da freue ich mich auch drüber. Aber sagen wir mal, ich bin ja kein Forscher mehr oder ich baue auch keine Anlage mehr. Also insofern ist das natürlich ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und so ist es auch auf einem Karriereweg. Ich war ja die ersten fünf Jahre meines Lebens hier Forschungskämiker und bin dann aus dem Forschungskämiker jetzt in ein Tätigkeitsfeld gewachsen, wo es eben nicht mehr so viel mit Chemie zu tun hat. Das ist auch das Schöne, wenn man bei so einem Unternehmen ist, man kriegt ja dann sein Leben lang Ausbildung. Ich habe immer wieder irgendwas lernen dürfen, vom Anlagenbau dann bis eben betriebswirtschaftliche Themen und dann auch Politik. Und da wird man ja auch immer entsprechend vorbereitet. So wenn ich jetzt heute anschaue mit dem, was natürlich alles jetzt politisch läuft, die vielen Regulierungsthemen, die wir in Europa haben, verbrauche ich tatsächlich mehr als 25 Prozent meiner Zeit für die Politik. Und das macht dir Spaß? Es macht mir mittlerweile auch Spaß. War früher nicht unbedingt so. Heute ist es sehr wohl, weil natürlich erstens mal das wichtig ist und das dann auch mein Beitrag als CEO ist, das Unternehmen dann in die richtige Weise vorwärts zu bringen. Und weil ich natürlich meine persönliche Reputation, aber mindestens genauso viel die BASF sozusagen merke, wenn man zur Politik geht, was für eine Kredibilität die BASF da hat. Die BASF sind ein No-Nonsense-Unternehmen. Die wissen, wenn wir was sagen, dann hat es Hand und Fuß. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man sozusagen als BASF-Vorstandsvorsitzender kommt und dann da auch Einfluss nehmen kann, wenn die Leute zuhören, wenn man dann auch, sagen wir mal, Vorschläge machen kann, wie man bestimmte Dinge gestaltet. Insofern macht es auch Spaß und das gehört dann in der Rolle auch dazu, dass man die ein oder andere Verbandsaufgabe wahrnimmt. Also ich bin zum Beispiel aktuell der Präsident des Europäischen Chemieverbandes. Das bringt mich dann natürlich viel nach Brüssel mit dem Green Deal, sozusagen dort eben die Wege zu finden, wie die Chemieindustrie durch diese Regulierungsdichte da sozusagen durchkommt und Vorschläge zu machen. Also insofern macht es Spaß und ich glaube, das ist auch nachzuvollziehen, wenn man den Zugang zum einen oder anderen von den Politikern jetzt hat. Und ich war jetzt ja gerade letzte Woche auch in China mit Scholz, Bundeskanzler. Dann hat man dort natürlich auch Gelegenheiten zu Gesprächen und Einblicken, die einem normalerweise natürlich verborgen bleiben. Und das ist dann so ein bisschen, was natürlich auch dann das Salz und Pfeffer in so einer Position ausmacht. Das glaube ich dir. Gehen wir mal in eine Zeit, wo Politik noch nicht Part deines Jobs war, sondern zu Beginn deiner beruflichen Karriere hier bei der BASF. Und zwar hast du 1988 im Ammoniak-Labor begonnen und fünf Jahre danach in den kaufmännischen Bereich gewechselt. Jetzt hast du die zwei Jahre Oberstufe Chemie gemacht, danach studiert, dann auch noch deinen Doktor in Chemie geschrieben und nach fünf Jahren Beruf, also nach fünf Jahren Praxis, bist du ins kaufmännische gewechselt. Warum? Das ist eigentlich ein relativ normaler Werdegang hier in der BASF, weil wir schon auch versuchen in der Forschung natürlich immer wieder junge Leute von der Universität zu bringen, die dann auch von der Methodik und von den Themen, die bearbeitet werden, dann auch immer wieder was Neues in die BASF reinbringen. Also insofern, es gibt Menschen, die in der Forschung bleiben wollen und die machen das dann auch ein Leben lang in der Forschung, aber der bei weitem größte Teil sozusagen geht dann in andere Funktionalitäten oder Aufgaben im Unternehmen. Insofern war eigentlich immer klar, wenn ich da nicht unbedingt die Hand strecke, dass ich jetzt lebenslanger Forscher bleiben will, dass das dann irgendwann auch mal weitergeht. Ich muss zugeben, das ging dann zunächst mal in eine Richtung, die eigentlich für mich auch sonderbar war, weil früher in der BASF haben die Chemiker eigentlich alles gemacht. Alles waren Chemiker. Das ist natürlich heute lange nicht mehr so und auch richtig so. Wir brauchen alle verschiedenen Disziplinen im Unternehmen natürlich, vom Juristen bis zum anderen Naturwissenschaftler, für die anderen Fächer bis zum Ingenieur. Aber ich bin damals dann in die sogenannte New Business Development Einheit eines Bereiches gegangen und da ging es im Prinzip darum, neue Chemikalien mit den Kunden zu entwickeln. So typische Schnittstelle zwischen einerseits Technik, aber auch Kunden. Und ich bin dann von da aus in einen sonderbaren Schritt gegangen, der gar nicht so üblich ist für die BASF. Ich bin nämlich dann in den Vertrieb gegangen für drei Jahre nach Italien. Und da habe ich dann mal am Anfang auch meiner Karriere gedacht, meine Güte, was habe ich denn jetzt als Chemiker falsch gemacht, dass ich in den Vertrieb muss. Und ich kann nur sagen aus der heutigen Sicht heraus, es waren vielleicht mit meine tollsten drei Jahre, nicht nur, dass Italien toll ist zum Leben und natürlich eine tolle Kultur hat. Ich auch Italienisch lernen durfte auf Kosten der BASF. Aber es war vor allen Dingen eines ganz wichtig, was mir hinterher geholfen hat. Wenn man den Kunden nicht versteht, dann bringt man die PS der BASF nicht auf die Straße. Und da wirklich mal an der Front gewesen zu sein, über diese Themen zu diskutieren. Was ist für die wichtig? Wie tickt das? Wie macht man das? Und dann sind sie in dem Moment, wenn man beim Kunden ist, ist man Mr. BASF. Und die ganze BASF, die dahinter ist, mit aller ihrer Kraft und ihrer Potenz, die kommt dann runter auf das, was diese eine Person im Umgang mit dem Kunden macht. Und ich glaube, wenn man das mal gelernt hat für alles später, was dann kommt, eben auch wenn man in leitender Funktion ist, das tut gut. Machen wir weiter in deiner Karriere. Und zwar hast du in den nächsten Jahren eine steile Karriere hingelegt. Du warst offensichtlich erfolgreich in Italien und bist dann 2006, du hast es eben selbst beschrieben, in den Vorstand berufen worden. Und dort warst du verantwortlich für die Region Asien-Pazifik mit Sitz in Hongkong. Das ist ziemlich spannend, weil man merkt, wenn man dir zuhört und auch wenn man über dich liest, dass das Thema Asien und vor allen Dingen das Thema China eine große Rolle für dich spielt. Du bist auch unter anderem Sprecher für das Thema China im Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, eins deiner weiteren Engagements. Was interessiert dich so an der Volksrepublik? Also zunächst mal war ich natürlich ein großer Traum in Erfüllung gegangen, als man mich dann in den Vorstand nominiert hat. Das war der damalige Vorstandsvorsitzende Jürgen Hamprecht. Das war ein Traum, weil die meisten Gäste sagen, es war eher so ein bisschen Zufall, dass es sich so ergeben hat. Hast du aktiv darauf hingearbeitet? Nee, also am Anfang natürlich nicht und lange Strecken nicht. Aber wenn man dann in der Organisation wächst, da kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo sie das fragen, jetzt bin ich eigentlich eine Stufe weg davon. Und dann fragt man sich natürlich auch, kann ich mir das vorstellen, könnte ich das denn? Das ist ein großer Schritt, aber sicherlich hat man natürlich dann auch irgendwo Lust. Ich war ja damals auch noch gar nicht so alt, bin ja mit 45 in den Vorstand gekommen. Da hat man schon gesagt, Mensch Kind, das traue ich mir eigentlich auch zu. Mal sehen, vielleicht passiert das. Insofern war das dann schon zu diesem Zeitpunkt ein Traum und schön. Habe ich damit gerechnet oder hatte ich das im Kalkül, als ich begonnen habe bei der BASF, über viele, viele Jahre nicht. Aber ja, und dann kommt man halt da rein und dann hat Hamprecht mir damals sozusagen gesagt, ich übernehme die Verantwortung für Asien. Hatte persönlich keine große Beziehung oder auch Erfahrung, außer dass ich da ein paar Mal gereist bin. Fasziniert hat mich es immer. Meine Schwester ist Sinologin, deswegen haben wir auch viel über China zu. Zu Hause gesprochen und auch über die Kultur. Ja, und dann kam ich da hin und es war zunächst ja eigentlich nur für drei Jahre eine Delegation geplant. Und aus den verschiedenen Gründen haben wir die dann immer verlängert. Es wurden dann fast zehn da draus. Und damit entwickelt man natürlich auch eine Liebe und die Beziehungen. Man kann da ganz tief, in zehn Jahren taucht man tief da ein. Und der Großteil meiner Arbeit war natürlich sozusagen, obwohl es ganz Asien war und ich auch in allen Ländern aktiv war, aber aufgrund der Größe und das, was wir investiert haben, war natürlich sehr viel in China. Ich habe da verschiedene Phasen natürlich auch erlaufen, wo es mal einfacher und komplizierter war. Und auch Projekte, das eine war einfacher, das andere war dann kompliziert und so weiter. Ich habe viel, viel meiner Zeit dort zugebracht, viele Diskussionen, viele Menschen kennengelernt und natürlich dann auch für dieses Land auch eine gewisse Begeisterung entwickelt, weil was die da gemacht haben in der relativ kurzen Zeit, wie viele Leute die aus der Armut geholt haben. Wenn ich mich zurückdenke, ich glaube, ich war 1996 das erste Mal in China. Und wenn man das jetzt heute guckt, wie das aussieht, was da alles passiert ist in einer relativ kurzen Zeit. Das ist ja eigentlich ein Zeitraffer in der Menschheitsgeschichte. Und dann da teilhaben konnten, da Möglichkeiten für BASF wahrnehmen zu können, das ist eigentlich schon eine tolle Geschichte gewesen. Und deswegen muss ich sagen, jetzt in der heutigen Zeit, wo wir ein bisschen ein angespannteres Verhältnis zu China haben, das eine oder andere sicherlich auch etwas nachjustiert werden müssen, aber wir auf der anderen Seite im Moment die Balance in der Diskussion fehlt, denn alles ist China-Bashing gerade. Und deswegen bin ich auch bemüht, dass wir die Chancen für unser Land und auch für die nächste Generation, für euch auch irgendwie erhalten, denn wir werden ja mit China auch irgendwie zusammenarbeiten müssen und sollten es auch. Riesenpotenziale und natürlich die Themen wie Klimaschutz und diese Dinge schaffen wir ja alle gar nicht ohne China. Und deswegen bin ich einfach auf die Balance aus und habe mich immer ziemlich viel auch eingesetzt. Und APA war eins, ich habe diese Rolle heute nicht mehr, aber ich hatte sie damals, als ich dort war, Chinasprecher zu sein, dann eben auch über die BASF hinaus zu versuchen, Werte zu schaffen für Europa, für Deutschland in der Beziehung mit China. Wir reden gleich nochmal über die herausfordernden Themen. Ich selber hatte noch nicht die Möglichkeit, in China zu sein, deswegen will ich da nochmal konkreter nachhaken. Was würdest du sagen, sind die Unterschiede und vielleicht auch die Vorteile der chinesischen Mentalität im Verhältnis zu dem, was du in Deutschland erlebst? Also zunächst mal, wenn ich vielleicht so ein bisschen schwarz-weißer werden darf, weil manchmal muss man den Kontrast hochtragen. Wenn ich jetzt mal so sage, der Chinese, der Deutsche, die können eigentlich ganz gut miteinander. Aber warum ist das so? Weil ich glaube, beide Seiten eigentlich nicht unbedingt emotional sind, sondern man ist eigentlich faktenbasiert, Resultat- und Ergebnisorientiert. Wir sind beide ziemlich technologisch unterwegs. Die Chinesen natürlich noch mehr als wir, eher langfristig orientiert. Das heißt, sagen wir mal, diese Grundart und Weise, wie man an Probleme rangeht und wie man die löst, machen Chinesen eigentlich gar nicht so arg unterschiedlich als Deutschen. Ich glaube, in China hat man schon eine Wertschätzung gegenüber Deutschland, was wir hinbekommen haben, was wir auch technologisch an Expertise haben, was wir aufgebaut haben. Da gibt es schon eine Admiration dafür und das war immer was, wo man eigentlich aufbauen konnte. Und auf der anderen Seite, ich habe es vorhin schon gesagt, ist die Kultur, sagen wir mal, auch die Disziplin, der Fleiß, den die haben, was aufzubilden, schon eigentlich sehr faszinierend. Jetzt haben sie ein politisches System, was jetzt nicht dem Idealbild von Unsinn spricht und die letzten Entwicklungen jetzt beim letzten Parteitag sind sicherlich auch aus unserer Sicht etwas enttäuschend, muss ich sagen. Aber dennoch ist das natürlich ein Land, wir können ja auch nicht jetzt, oder wir haben es ja erlebt bei USA, auch wenn dann Trump dran ist, ist das Verhältnis anders. Aber wir brechen ja auch nicht die Zelte mit USA ab, wenn die einen Präsidenten haben, der uns nicht gefällt. Und ich glaube, deswegen ist es schon so, dass wir gucken müssen, dass wir eine Brücke behalten, dass wir auf der anderen Seite natürlich auch kritische Themen wie Menschenrechte und diese Dinge ansprechen, natürlich. Aber die anderen beiden Beine eben sozusagen im Wettbewerb zu sein und in der Partnerschaft zu sein, glaube ich, müssen wir beides bespielen. Und mich haben halt diese vielen Verträge und Verhandlungen und Dinge, die wir erreicht haben und Investitionen, viele tolle Menschen kennengelernt, hat mich schon fasziniert und natürlich auch in zehn Jahren geprägt. Ja, ob die Zusammenarbeit mit China moralisch ist oder nicht, das wollen wir gleich nochmal besprechen. Bleiben wir dennoch bei dem Thema erstmal. Oder du hast neulich bei der FAZ ein Interview geführt oder durftest das führen und hast da geschrieben, dass bis 2030 China für knapp 50 Prozent des Absatzes in der Chemiebranche verantwortlich sein wird. Was bedeutet das für deine Firma? Ja, das ist ja genau die Schlüsselfrage. Wenn man heute als Weltfirma, und die BASF ist ja nun mal das größte Chemieunternehmen der Welt, die Position auch behalten will und wir weiter wachsen wollen, dann müssen wir natürlich in allen Märkten der Welt eigentlich gucken, was können wir da erreichen. Das heißt, wenn dann manchmal gesagt wird, warum macht ihr so viel in China, macht doch irgendwo anders was. Die Frage ist gar nicht, wie viel man in China macht, sondern die Frage ist in jedem Markt, was kann ich denn in dem Markt erreichen. Und das macht die BASF auch in allen Ländern, wo sie tätig ist, zu versuchen natürlich in jedem Land das Maximale rauszuholen. Aber die Größe dessen, was man da erreichen kann, hat natürlich was mit der Marktgröße zu tun. Und da wird dann so oft gesagt, naja, wenn jetzt China schwierig macht, dann geht doch nach Indien. Der indische Markt ist ein kleines bisschen größer als ein Zehntel von China. Das heißt, ich kann auch gar nicht die Marktposition in Indien aufbauen, wie ich sie in China habe. So, und deswegen ist es natürlich einfach für ein Unternehmen, wenn man auch, sagen wir mal, Risikomanagement betreibt, muss man natürlich eigentlich geografisch die richtige Aufstellung haben. Und das Problem ist eigentlich, dass wir natürlich aus den historischen Gründen, weil wir hier in Ludwigshafen eben geboren wurden und die größte Seite ist, wir heute 40 Prozent unseres Umsatzes in Europa haben, bei einer Marktgröße von nur 15 Prozent. Und da es eben langsam wächst und andere Teile der Welt schneller wachsen, geht der prozentuale Anteil eher runter. Wir haben umgekehrt in China nur 15 Prozent unseres Umsatzes in einem Markt, der in 2030 50 Prozent ist. Ich glaube, da wird jedem klar, das ist nicht unbedingt die richtige Aufstellung. Man muss eigentlich dann natürlich in China auch nochmal ein bisschen einen größeren Anteil haben. Und in der ganzen Diskussion, die etwas harscheren Positionen, die dann sagen, naja, also wegen der Taiwan-Frage muss man jetzt aus China raus. Das würde Unternehmen für die WSF heißen, sie geben die Hälfte des Weltmarkts auf. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, welches Risiko hat denn ein Unternehmen, wenn es nicht in China ist? Über genau diese Themen wollen wir reden, und zwar über die Herausforderungen des deutsch-chinesischen Verhältnisses. Vielleicht nur, um das ein bisschen einzuordnen. Du hast das ja auch wahrscheinlich mitbekommen. Es gab in den letzten Wochen heftige Diskussionen in den Medien und auch politisch wegen dem Teilverkauf des Hamburger Hafens. Und darüber hinaus auch die China-Reise, wo du mit dabei warst, hat heftiges Medienecho hervorgerufen. Wir finden es besonders spannend, dass trotz dieser Debatte ihr an diesen Investitionen festhaltet. Ihr investiert gerade in Gudong, 10 Milliarden, in einen riesigen Verbundstandort, daneben im Forschungszentrum Shanghai. Also ganz, ganz viele Investitionen, viel Geld, was nach China geht. Zu diesem Themenbereich haben wir eine Zuschauerfrage, weil unsere Zuschauer die Möglichkeit hatten, Videofragen einzureichen. Und ich werde als Auftakt dieser kleinen Diskussionsrunde die Susanna gerne einmal zuschalten. Hallo, mein Name ist Susanna Frank. Ich bin 20 Jahre alt und studiere an der DHBW hier in Mannheim, BWL-Messekongress Event Management. Ich stelle mir die Frage, welche Rolle Moral in einem Wirtschaftsunternehmen spielen muss. Sollte sich daher die BASF nach den Erfahrungen mit Russland nicht von China unabhängiger machen? Also zunächst mal, ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht Russland und China alles in einen Topf schreibt. Das sind völlig unterschiedliche Märkte, das sind auch völlig unterschiedliche Gegebenheiten. Die Gasabhängigkeit von Russland ist nicht eine gleiche Abhängigkeit, die man jetzt sozusagen auf China projiziert. Im Wesentlichen ist das, was ich ja gerade gesprochen habe, die Frage, wie man sich am chinesischen Markt und ob man sich beteiligt. Oder ob man eben 50 Prozent des Weltmarktes aufgibt. Und die Diskussion, die gerade im Moment kommt, Resilienz, Unabhängigkeit, Diversifikation, ich glaube, das ist eine richtige Frage, die man sich stellen muss. Die hat aber nie nur mit China zu tun. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich sozusagen im Markt investiere, wie wir das tun mit diesem neuen Standard, wo wir nichts exportieren. Es ist eine Investition in China für China, mit chinesischen Banken, mit chinesischen Mitarbeitern. Da gibt es dann hoffentlich mal ein Ergebnis, was nach Ludwigshafen überwiesen wird. Das ist aber eigentlich eine wirklich chinesische Investition. Und das wird auch ziemlich nah im Umfeld sozusagen absorbiert. Das ist das, was wir tun. Es gibt natürlich andere Investitionen. Und das sind, glaube ich, die, die im Fokus der Diskussion sind im Moment. Wenn ein Unternehmen sozusagen in China verschiedene Halbzeuge herstellt, einfach deswegen, weil es billig ist, und dann diese Halbzeuge sozusagen in einer Lieferkette nach Deutschland oder Europa bringt und dann die letzten Schritte sozusagen hier macht, um dieses Produkt dann zu verkaufen. Da stellt natürlich die Politik die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn aus geopolitischen Gründen oder aus physischen Lieferkettenproblemen diese Kette unterbrochen wird, haben wir uns dann nicht sozusagen von den Vorprodukten abhängig gemacht. Das ist ja was anderes, wie wenn ich Produkte dort produziere und die bleiben dort auch im Land. Also ich glaube, die zwei Dinge muss man mal unterscheiden. Weil im einen Fall partizipieren wir mit profitablem Geschäft. Und da muss ich auch sagen, man darf nicht unterschätzen, mit all dem, was wir uns hier vornehmen, im Green Deal, hier die ganze Industrie umzubauen in Richtung Klimaneutralität, das wäre ohne die Ergebnisse in China nicht möglich. Können wir nicht bezahlen. So, das ist der eine Punkt. Ganz kurz noch zur Moral, weil es ist nochmal... Ich glaube, was man natürlich haben muss und das haben wir auch, das sind Werte, die das Unternehmen in sozusagen seiner Kultur verankert hat. Da machen wir auch keine Abstriche. Wir machen genau die gleichen Ansätze, sowohl was Umweltschutz angeht, als auch, wie gesagt, der Umgang mit Menschen angeht, Erwartungen von unseren Kunden, wie wir Geschäft machen, Code of Conduct. Das ist in China nicht anders wie hier. Und ich habe das im Interview, was Sie ansprechen, oder ihr ansprechen, auch kleb und klar gesagt, es gibt auch eine rote Linie. Wenn Dinge überschritten sind, wo die BASF mit ihrem Wertekanon keine Geschäfte mehr machen kann, dann müssen wir eine Konsequenz ziehen. Das ist ja aber nicht der Fall, weil jetzt in China bestimmte Anschuldigungen gibt, dass nun das ganze Land sozusagen damit zu verdammen ist. Ich glaube, das geht einen Schritt zu weit. Ich glaube, das Unternehmen muss schon selber sehen, wo es aktiv ist, was es macht und wo da die roten Linien sind. Und da würden wir auch keine Zugeständnisse machen. Wir auditieren das ja auch regelmäßig und schauen das alles auch an. Und deswegen, die moralische Diskussion, die Ethik, die Werte spielen eine sehr, sehr große Rolle bei uns. Und ich glaube, auch in jedem anderen großen Unternehmen und wahrscheinlich auch bei sehr vielen Kleinen wird es ähnlich sein. Die müssen aber immer Abwägungen machen. Die Menschheit ist, oder die Welt ist halt nicht schwarz und weiß. Und wir haben ja jetzt diese Friendshoring-Diskussion, dass wir so ein kleines bisschen arrogant und erhoben hier in Europa meinen. Wir machen nur noch mit den befreundeten Nationen Geschäfte. Die Welt wird ziemlich klein, wenn es um die Freunde geht. Und wenn Sie die Bertelsmann-Stiftung angucken, das ist mal wert, da drauf zu gehen. Da gibt es eine Studie zur Untersuchung von Demokratie. Dann sieht man eben, dass in den letzten 10, 20 Jahren die Demokratie auf dem Rückwärtsgang ist. Es gibt immer weniger Länder, die Demokratie sind und immer mehr sind sozusagen autokratische Systeme. Heißt das, dass man aus kategorischen Gründen das dann alles sozusagen rausnimmt? Dann muss ich auch der jungen Generation sagen, der Lebensstandard ist nicht haltbar. Und da muss man auch diese Konsequenz dann tragen. Ich kann aber in der öffentlichen Diskussion immer nur die moralische Dimension stattfinden, nicht die Bereitschaft, auch den Wohlstand aufzugeben. Also dann müssen wir, glaube ich, insgesamt nochmal ganz andere Diskussionen führen und müssen wir auch vor allen Dingen mit uns selber ehrlich sein. Aber wie geht man mit der Tatsache um, also in den Medien wird auch geschrieben, dass China Interesse an Taiwan hat und Taiwan angreifen könnte. Wie geht man mit diesem Risiko um? Also was wäre, wenn es jetzt auf einmal passieren würde, die 10 Milliarden sind investiert? Also gibt es da für eine Strategie? Also wenn China militärisch Taiwan einnehmen würde, das sind unsere 10 Milliarden Investitionen, das kleinste Problem, was wir haben, dann bleibt nämlich in der Weltwirtschaft kein Stein auf dem anderen. Wenn das dazu führt, dass sozusagen die westliche Welt in ein Embargo geht mit China, dann gibt es kein Handy mehr hier mit Chips, mit seltenen Erden. Da gibt es ganz viele Produkte, wo die Welt, Supply Chain zusammenbricht. Und ich glaube, dann kommen so viele Dominosteinchen ins Fallen, da bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen. Also insofern ist das sozusagen das Worst-Case-Szenario. Wenn Sie die Möglichkeiten betrachten, was passieren kann, dann ist sozusagen die schlimmste Annahme, dass Taiwan militärisch sozusagen genommen wird von China. Das ist sicherlich destruktiv, aber Sie müssen sich natürlich viele andere Szenarien auch überlegen, dass das so nicht passiert. Und da muss man natürlich bei der Taiwan-Frage schon auch mal die Frage stellen, das Thema Taiwan ist ein Disput, seitdem es die Republik China gibt. Und im Übrigen auch, was die politische Linie sowohl der USA als auch der europäischen Staaten angeht, wir haben politisch anerkannt, dass es nur ein China gibt. Es gibt die sogenannte Ein-China-Politik, auch der Bundesrepublik Regierung, die sagt, es gibt Mainland China, es gibt Hongkong und es gibt Taiwan. Und aus diesen Gründen hat auch die Bundesrepublik keine diplomatischen Beziehungen mit Taiwan. Wir haben keine Botschaft in Taiwan. Also wir müssen das auch ein bisschen historisch einordnen, ist kein neues Thema. Sagen einem übrigens auch viele Chinesen, sagen ja gut, also das ist ein Disput, den Disput haben wir immer. Unser Traum ist es, dass es das nach Hause kommt, da kann man jetzt die Worte von Xi interpretieren, sagt, er war jetzt etwas aggressiver in der Wortwahl, ist absolut richtig. Das heißt aber noch lange nicht, dass jetzt sozusagen das Szenario der Zukunft ist, dass Taiwan überfallen wird. Also es ist das Worst-Case-Szenario und damit muss ich ein Unternehmen natürlich auseinandersetzen. Was würde in diesem Worst-Case für die BASF passieren? Das haben wir auch getan. Ich nehme an, das haben andere Unternehmen auch getan. Aber nochmal, Sie müssen auch die andere Seite betrachten. Was ist eigentlich, wenn man nicht in China ist, welche Chancen und welche Möglichkeiten für das Unternehmen sind untergangen? Und dann müssen sie halt eine unternehmerische Entscheidung treffen. Aber noch eine Frage zu dem Taiwan-Thema und dann gehen wir auch zu dem nächsten Thema. Aber was mich da interessiert, du bist da ja viel näher dran. Ich meine, ich kenne nur das, was ich aus den Medien lese, die meisten unserer Zuschauer auch. Du warst neulich bei Xi Jinping. Die Sache ist, ja schon die, die USA haben zwar keine Botschaft in Taiwan, aber Pelosi war dort. Die machen ziemlich deutlich, wenn es einen Angriff auf Taiwan gibt, dann wird es ein massives Sanktionsregime geben, wo ihr extrem viel auch verlieren werdet, genauso wie die ganze Welt. Und wie schätzt du das ein? Die chinesische Regierung sieht Taiwan als abdrängliche Provinz. Die Chinesen rüsten massiv auf, das sind ja einfach nur Fakten. Und Xi Jinping, so habe ich es zumindest gelesen, schließt einen militärischen Angriff oder eine militärische Annexion zurück, Einwegliederung, wie man das nennen möchte, von Taiwan nicht mehr aus. Wie groß, kannst du das vielleicht erklären, aus deiner Sicht, aus eurer Bewertung, schätzt du die Chance ein, dass es in den nächsten Jahren eine militärische Eskalation dort gibt? Also ich würde es nicht als Chance nennen, sondern wie hoch das Risiko. Und die Gefahr, ich halte sie für viel niederer, als die jetzt in der Diskussion eigentlich ist. Warum? Gerade aus dem historischen Grund, dass das kein neues Thema ist. Es ist ein altes Thema. Die Chinesen sagen seit vielen Dekaden, dass das Teil Chinas ist und irgendwann nach Hause muss. Die Wortwahl ist jetzt strammer. Ich glaube, dennoch genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, weil natürlich China auch über das Beispiel Russland jetzt glaube ich sieht, was sozusagen Russland an Sanktionen entgegenschlägt und welche wirtschaftlichen Folgen das hat. Das wäre dann wirklich auch ein Bruch mit der westlichen Welt. Der Schaden ist übrigens für alle groß. Der ist übrigens auch für die Amerikaner groß. Denn es lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen, wie eigentlich die Handelsverflechtungen beider Länder sind. Die sind beide hochgradig voneinander abhängig. Die Low-Income-Americans, also sozusagen die in der unteren Einkommensgruppe sind, die im Walmart einkaufen, die überleben nur, weil die Produkte billig sind, die im Walmart sind, die aus China kommen. Die USA hätte heute gar nicht die Produktionsmöglichkeiten, das alles selber herzustellen und vor allem nicht zu den Preisen. Und gleichzeitig sozusagen müssen ein Haufen der Agrarprodukte aus den USA werden ja nach China exportiert. Also es gibt auch einen großen wirtschaftlichen Schaden auf beiden Seiten, wenn das sozusagen zusammenbrechen wird. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, die realen Fakten, wenn man die wirklich rational bewertet, lässt einen auch zu dem Schluss kommen, will ich das eigentlich wirklich tun. Ich glaube, dass in der Rationalität der Fakten das Risiko, dass das passiert, viel, viel niedrig ist, als es jetzt gerade im Moment diskutiert wird. Letzte Frage zu China. Wir hatten das ja gerade skizziert. Es gibt einmal die Business-Komponente, das ist vor allen Dingen Taiwan, potenzielle Abschreibungen, das Risiko von Sanktionen. Und dann gibt es die rein ethische Komponente. Wir waren ganz am Anfang, als wir mit diesen Veranstaltungen angefangen haben, wir kommen aus Kassel, bei Mario Meeren, den hatten wir als ersten Gast von Wintershall. Und wir haben viel darüber geredet mit ihm. Er hat damals gesagt, Wirtschaft muss politisch sein und auch Positionen beziehen zu Punkten wie Menschenrechten, Rechtsextremismus, darum ging es vor allen Dingen in Kassel. Du hast gerade gesagt, wenn in China eine rote Linie überschritten wird, dann wird das auch Konsequenzen für euch haben. Ich frage mich, wo die rote Linie ist. Ich glaube euch, dass ihr von euren Arbeitsstandards und den Bedingungen dort wahrscheinlich auf westlichem Niveau seid und viel Gutes macht. Fakt ist doch aber, du hast es gerade beschrieben, Xi Jinping hat sich quasi zum Diktator aufgeschwungen. Das, was mit den Uiguren passiert, ich meine auch da, weiß ich nur, was in der Presse steht, sind dramatische Menschenrechtsverletzungen, Meinungsfreiheit gibt es nicht, Massenhinrichtung und so weiter und so fort. Sind das nicht Punkte, wo, ich verstehe euren wirtschaftlichen Druck, auch in den Rahmenbedingungen in Europa, aber sind das nicht Punkte, wo, wenn du dich mit solchen Vertretern triffst, dir dann danach auch irgendwie ein Schauer den Rücken runterläuft, wenn du siehst, was die da anrichten? Ich frage mich jetzt bloß mal in der Alternative. Nehmen wir mal das Horrorszenario des Decouplings an. Das wäre völlig separat. Ist das besser für die Uiguren? Wer würde denn überhaupt irgendeine Kritik noch interessieren? Wenn da keiner mehr reingeht, wenn da kein Dialog mehr da ist, mit was nimmt man denn überhaupt noch Einfluss? Wenn man nicht mehr da ist, kann man auch keinen Einfluss mehr nehmen. Glaubt irgendjemand, dass das dann irgendwas ändern würde? Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch schlimmer bei verschiedenen Dingen. Deswegen glaube ich immer in der heutigen Zeit, bei allen Disputen man hat und das möchte ich jetzt auch wirklich gar nicht nur auf China polarisiert haben. Es gibt ja viele anderen Ecken in der Welt auch, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und die einzige Chance, die man noch hat, ist doch miteinander zu reden, im Dialog zu bleiben, miteinander irgendwas zu tun. In dem Moment, wenn die Linie gebrochen ist, man spricht nicht mehr miteinander, das führt doch in der Regel lokal zu Verschlechterungen. Da gibt es doch viele, viele Beispiele, die wir haben. Nehmen wir Venezuela oder viele andere Länder, wo das eigentlich mit der Isolation dann eigentlich immer schlimmer geworden ist. Ich glaube, man macht sich da auch zu einfach und sagen wir mal, ist auf dieses eine Ding zurückzuziehen. Wenn China was möchte von Europa und mit uns zusammenarbeiten möchte und auch Fortschritt und Wissenschaft und Projekte und Klimaschutz, dann ist doch diese Abhängigkeit und dieses Interesse an uns eine viel bessere Basis, im Gespräch zu bleiben und auch versuchen, Veränderungen hineinzubringen, als nicht mitreden. Wenn du da bist, mit den Vertretern von der Kommunistischen Partei sprichst, sprecht ihr dann auch Themen an wie Menschenrechte und diese Situation oder ist das was, wo man nicht drüber sprechen kann im Business-Kontext? Also das meinen natürlich immer alle, dass nur das immer angesprochen wird, was irgendwie in den Medien ist. Ich rede jetzt gar nicht von der aktuellen Situation, auch in den zehn Jahren. Wir hatten viele Streitgespräche mit den Chinesen, wo wir sagen, das und das gefällt uns nicht als Rahmenbedingung und dann haben sie da auch eine heftige Diskussion drüber. Die haben sie aber nicht in gegenwartenen Medien oder in den Fernsehen, sondern die haben sie von Mensch zu Mensch und diese Themen spielen auch bei politischen Besuchen immer eine Rolle. Also das wird schon auch adressiert, aber die Frage ist, und ich kann auch verstehen, wo der Unmut herkommt oder da wollen wir mal die Zweifel herkommen, aber was ist denn die Alternative? Einen Bruch zu machen und nicht mehr miteinander zu reden, wird es dann dort besser? Ich glaube nicht. Gehen wir zu einem anderen Thema. Gerne. Am 4. Mai 2018 hast du was geschafft, was glaube ich viele von unseren Zuschauern schaffen wollen. Du bist CEO eines DAX-Unternehmens geworden. Wie war dieser Tag für dich? Toll. Harter Schnitt. Natürlich toll, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, das sind dann große Schuhe, in die man da reingeht. Weil man hat zwar natürlich, man ist als Repräsentant des Unternehmens ja schon viele Jahre unterwegs und hat auch seine Bühne, wo man dann die BASF repräsentiert, aber die Öffentlichkeitswirksamkeit ist natürlich als Vorstandsvorsitzender nochmal eine ganz andere. Und da werden natürlich eigentlich alle Themen auf einen selber projiziert und das erleben wir gerade in den Medien auch. Ich kriege ja auch das eine oder andere an Gegenwind ab. Hat auch damit zu tun, dass ich mich eben äußere und exponiere. Ich bin auch der Meinung, dass viele politischer sein müssten in meiner Funktion und das eben nicht tun. Dann sind es dann leider immer die Gleichen, die was sagen. Würde mir auch wünschen, dass da der eine oder andere zur Seite springt und dann auch mal was dazu sagt. Aber genau zum Beispiel, dass dann die Erkenntnis, dass man natürlich in gewisser Weise auch eine Person der Öffentlichkeit ist, dass man sozusagen diese Komponente hat, sich da auch mehr sozusagen zu projizieren und auch in Streitgespräche gibt, dass da auch Polarisierung stattfindet. Das wird einem natürlich dann bewusst, wenn man in dieser Rolle drin ist und wenn das dann auf einen zukommt. Was man dann auch feststellt, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem stellvertretenden Vorsitzenden, der ja sechs Jahre war und dann CEO zu werden, weil tatsächlich diese Projektion eben auf den Vorstandsvorsitzenden stattfindet. Und der zweite Punkt ist dann, bei aller Freude und bei allem Stolz und natürlich auch Energie und Motivation, die man da hat, man stellt dann auch nochmal fest, dass die Arbeit sich auch verdoppelt. Weil wir haben natürlich im Vorstandsteam heute immer noch, sagen wir mal, Ressort und Zuständigkeiten aufgeteilt und Verantwortlichkeiten und das passiert ja auch mit Vertrauen gegenseitig und die wichtigen Themen werden dann im Gesamtvorstand besprochen. Aber letztendlich kann es ja als Vorstandsvorsitzenden bei aller Verteilung der Aufgaben keinen einzigen Vorgang geben, der mich nicht interessieren sollte. Insofern liest man nochmal viel mehr und muss sich natürlich nochmal in viel mehr Gespräche und Themen einarbeiten und das muss ich schon sagen, da muss man schon A, eine gute Physis haben dazu, das überhaupt durchzuhalten. Man muss das wirklich auch wollen und man muss dann, sagen wir mal, natürlich auch die Zugeständnisse im Privatleben machen, weil das natürlich wirklich viel Zeit dann von einem nimmt, die man an anderer Stelle nicht mehr hat. Also insofern muss auch das Umfeld in die Familie und alles mitspielen, dass das wirklich funktioniert. Aber ist natürlich klar, wenn das an einen herangetragen wird, das Vertrauen und dass einem das sozusagen ans Herz gelegt wird, ist eigentlich ein toller Moment. Du hast am Anfang gesagt, dass du, als du bei der BASF begonnen hast, nicht CEO werden wolltest. Das impliziert, dass irgendwann mal der Wunsch entstanden ist, CEO zu werden. Ist das, also hattest du das Ziel, wirklich CEO zu werden oder wurdest du gefahren? Nein, das hatte ich wirklich nie. Also ich meine, ich glaube, es wäre vermessen gewesen, als Forschungskämiker da irgendwo im Bergwerk anzufangen und sagen, ich werde hier mal CEO. Oh, also das Gesunde, das Selbstbewusstsein hatte ich auch nicht und es wäre auch ein bisschen vermessen. Ich glaube, was man dann schon merkt, wenn das Unternehmen einem dann was zutraut und es gibt dann dann verschiedene Rollen und die Rollen werden immer größer und der Einfluss wird immer größer und man wächst damit als Person und man merkt, ich schlafe da nachts noch gut, ich komme da eigentlich gut klar, ich kriege eine gute Reflexion sozusagen, dass man dann sagt, könnte ich eigentlich noch mal eine Stufe mehr? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein gesundes, normales Wachsen, sagen wir mal, was man da natürlich erlebt. Ich habe aber, als ich in den Vorstand gekommen bin, war das natürlich schon ein toller Schritt. Als ich dann Stellvertreter geworden bin mit Kurt Bock als CEO, war für mich eigentlich klar, dass das das Ende meiner Karriere ist, denn es hat in den 157 Jahren der BASF nie einen Stellvertreter gegeben, der dann auch noch mal CEO wurde. Also insofern immer ist irgendwann das erste Mal und ich hatte dann auch gar nicht mehr gerechnet, dass das mir angetragen wird. Umso mehr war es natürlich dann auch eine Freude und hatte ich auch noch mal Lust, das zu machen, aber ich glaube, da ist keiner gut beraten, wenn man sich sowas vornimmt, denn bei den allermeisten funktioniert es nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Konzept zum Unglücklichwerden, wenn man sich da vielleicht ein bisschen zu viel vornimmt. Ich meine, du hast gerade gesagt, du hast die doppelte Arbeit und mir imponiert an dir, dass du Stellung beziehst, aber das führt natürlich auch dazu, dass du extrem exponiert bist und auch von den einen oder anderen auf den Deckel bekommst, was die mediale Berichterstattung bekommt. Du bist kein CEO, der unter den Radar fliegt. Macht dir der Job noch Spaß oder denkst du dir manchmal, Verantwortung für 110.000 Mitarbeiter, hier in Europa wird es immer schwerer, ich kann es niemandem recht machen, tue ich mir das nochmal an. Warum tust du es dir nochmal zwei Jahre an? Also mir macht es immer noch riesig Spaß und ich glaube, ohne Spaß geht es auch gar nicht. Ich habe ja gerade gesagt, die Bereitschaft, sagen wir mal, den Einsatz zu bringen, der kann nur funktionieren, wenn man da wirklich auch Spaß dran hat. Ich habe immer ein bisschen das Glück gehabt, ich bin eigentlich immer energiegeladen, mein Umfeld, meine Mutter schon früher hat gesagt, ich bin anstrengend. Das ist irgendwie so geblieben, das höre ich hier im Unternehmen auch und ich muss auch sagen, wenn die Herausforderungen größer werden oder ich sage immer so schön, wenn man mich piekst, dann wird auch meine Energie mehr. Das heißt, ich verspüre auch eine Lust, wenn die Themen schwieriger werden, die Herausforderungen schwieriger werden, dann sage ich, dann ist recht. Aber ich muss dann auch zugestehen, dass es einem natürlich, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, mir tut es dann auch mal gut, wenn einer sagt, das hast du jetzt gut gemacht. Also ich meine, klar, wenn sie dann sozusagen sich exponieren und dann, Entschuldigung für das Wort, ein Shitstorm kommt über die sozialen Medien, ja, dann müssen sie schon robust sein, sagen, das halte ich jetzt mal aus. Wenn man das einmal hat, okay, wenn sie das dann wochenlang haben, dann müssen sie schon ein gesundes Selbstbewusstsein haben und sagen, das verdauere ich jetzt. Aber es gibt ja auch die andere Seite. Ich kriege ja auch unheimlich viel Zuspruch und das Wichtigste eigentlich an Zuspruch sind mir meine eigenen Mitarbeiter und Kollegen. Ich kriege unheimlich viele Mails, wenn dann irgendwas war, die sagen, Herr Wundermüller, klasse, super, machen Sie weiter, finden wir gut und wir stehen Ihnen da an der Seite und so weiter. Gibt mir natürlich auch Energie zurück und es wäre ja auch geradezu komisch, ich bin ja nur auch kein Übermensch und den Großteil meines Lebens habe ich zugebracht, wie jeder andere auch. Ich bin ja nicht mein Leben lang nun CEO geworden und damit nicht geboren. Also insofern, man wächst da rein, aber die Lust und auch, sagen wir mal, die Energie dafür muss man natürlich schon haben. Du hast es gerade selbst beschrieben, als du CEO wurdest, bist du nicht in ein neues Unternehmen gekommen, sondern die BASF gibt es seit 150 Jahren und es sind riesige Fußstapfen, nicht nur die von Herr Bock, sondern auch von all deinen Vorgängern davor. Wenn man jetzt auf deine Amtszeit dann irgendwann in einigen Jahren zurückschaut, auf deine Zeit hier als CEO, was würdest du dir wünschen, was die Überschrift von diesem Kapitel Martin Bruder Müller ist? Ja, ich meine, das ist natürlich, wenn man dann aufs Ende der Zeit zukommt, fragt man sich dann, okay, was ist meine Legacy, wie man so schön sagt. Ich hoffe eigentlich, dass eins mit mir verbunden bleibt und das ist eigentlich, dass wir die BASF unter meiner Zeit nochmal auf einen ganz anderen Pfad gesetzt haben, was den Klimaschutz angeht. Ich habe ja sehr viel da auch im Vorfeld investiert, wirklich die BASF zu verstehen mit einem BASF-Team, sagen, jetzt analysieren wir mal wirklich, wo kommt denn das CO2 her, was sind denn so die Maßnahmen, mit denen man sozusagen dekarbonisieren kann. Kann man eigentlich so ein Riesenunternehmen mit über 20 Millionen Tonnen damals, 21 Millionen Tonnen CO2 überhaupt dekarbonisieren? Und sagen wir mal, da haben wir ja dann eigentlich so, sind wir so tief eingedrungen, dass wir gesagt haben, ja, technisch können wir das komplett dekarbonisieren. Deswegen auch dann das Ziel, ja das Net Zero rausgelegt zu haben und dann auch bis 2030 25 Prozent vom CO2 wegzubekommen, obwohl wir ja wachsen und mit jeder zusätzlichen Tonne Chemikalien auch CO2 entsteht, ist das keine ganz einfache Aufgabe. Und ich glaube, ich war da am Anfang ein bisschen allein auf der Flur beim Kämpfen. Da gab es auch mal ein Zeitinterview letztes Jahr, das hatte die Überschrift Spinnt der? Da hatte ich wirklich das Gefühl, meine Mitarbeiter fragen sich genau, das spinnt jetzt unser Vorstandsvorsitzender? Aber das Schöne, was eigentlich passiert ist, dass wir mittlerweile das ganz breit getragen haben, den Großteil der BASF. Und der Mitarbeiter ist uns mal stolz, dass wir den Weg eingeschlagen haben. Die wollen dazu beitragen. Die wissen auch, das kann funktionieren. Die wissen auch, es ist eine Vorreiterrolle, aus der kann man auch dann wirtschaftlich für das Unternehmen was machen. Und ich denke mal, wenn ich dann 24 gehe, dann glaube ich, ist das so fest implementiert, dass es auch nicht mehr zurückdrehbar ist. Und da hoffe ich dann vielleicht schon, dass der ein oder andere sich mal später daran erinnert, okay, der Bruder Müller war einer von denen, der das mit auf den Weg gebracht hat. Und das ist dann vielleicht die Legacy, die mich mal mit meinem Namen dann vielleicht verbindet. Mit der Berufung zum CEO bist du in einem sehr exklusiven Club beigetreten und das ist der Club der 40 DAX-CEOs. Jetzt habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. In Deutschland gibt es ungefähr 240.000 BWL-Studenten. Wenn ich jetzt noch die Chemiestudenten mitzähle, haben wir nochmal 35.000 potenzielle Kandidaten. Und viele dieser BWLer oder vielleicht auch Chemiestudenten wollen mal CEO werden. Jetzt bist du es geworden. Was für Eigenschaften hast du mitgebracht, dass du CEO wurdest? Das würde ich natürlich sehr oft gefragt haben. Wir haben gerade schon ein bisschen was darüber diskutiert. Ich glaube, weil es überhaupt nicht geht, ist die Verkrampftheit, sich vorzunehmen, ich werde CEO. Und das vielleicht schon sogar schon während dem Studio oder zumindest dann beim Eintritt in ein Unternehmen. Geht garantiert in die Hose. Weil das nicht natürlich ist, weil das verkrampft ist, weil das eben für die meisten auch nicht in Erfüllung geht. Und ich glaube, deswegen auch zwangsläufig für die meisten zum Frust führen muss. Wenn man dann darüber auch noch redet und sein Umfeld noch suggeriert, ich werde das mal, dann entsteht ein Stress auch des Versagens. Es muss ja irgendwie mal was passieren, sonst läuft das ja alles nicht. Also ich würde mal an der Stelle wirklich ganz relaxed bleiben und ich war das wirklich den Großteil meiner Karriere. Bis zu dem Punkt, wo dann mal gesagt, es ist in Reichweite, kann ja dann mal passieren, ohne dann das jetzt zu wollen, aber sagen, könnte passieren jetzt und warum nicht. Ich glaube, was ganz wichtige Eigenschaft ist und das kann ich jedem immer nur als Rat weitergeben. In der Regel ist das, was man für das Unternehmen tut, auch gut für einen selber. Wenn man in der Aufgabe und in der Rolle ist, sozusagen für das Unternehmen, die richtigen Dinge macht und da beiträgt, dass das Unternehmen vorwärtskommt, dann wird in der Regel, in den allermeisten Fällen, sehen Vorgesetzte das auch. Und das sind natürlich auch die Ingredienzen, mit denen man jemand aussucht und sagt, das ist ganz offensichtlich eine Person, die für mehr auch geeignet ist, die dann auch Mut hat für Entscheidungen, die dann auch trägt, die dann vielleicht auch, sagen wir mal, Kommunikationsskills hat, Führungsfähigkeit hat. Und dann ist es dann auch irgendwie so, dass einen natürlich dann Menschen auch auf dem Weg mitnehmen. Jeder hat irgendwie, sagen wir mal, einen Mentor werden sein oder mindestens mal einen auf dem Weg seiner Karriere. Und deswegen glaube ich, irgendwas zu tun, das Schlimmste ist, das Unternehmen zu benutzen für die eigene Karriere. Also Karriere auf Kosten der Firma. Ist ganz übel. Ich glaube, dass das nur in der Kombination geht, man macht für das Unternehmen was gut und dann ist es für einen selber auch gut. Und dann gehört da ein Thema dazu, das ist Authentizität. Man muss einfach sein, wie man ist. Weil sie können nicht auf die Dauer stark sein oder auch überzeugend sein, wenn sie eine Rolle spielen. Sie haben die Kraft nur, wenn sie mit allen Ecken und Kanten, mit allen Schwächen und Stärken agieren. Dann sagen Leute, okay, das ist vielleicht eine Eigenschaft, die ist nicht so toll, aber das ist halt auch nur ein Mensch, der ist auch nicht perfekt. Aber auf der anderen Seite, die Stärken dann eben so sind, dass man dann auch seine Ziele erreicht. Also ich kann da wirklich jedem nur empfehlen, entspannt zu bleiben, ehrlich zu bleiben und authentisch zu bleiben. Vielleicht ist das auch schon ein Teil der Antwort für die nächste Frage. Das ist tatsächlich eine Frage, die uns beiden persönlich beschäftigt, weil wir haben eine kleine Organisation, die wir leiten mit einer Handvoll Mitarbeitern. Und ich meine, du bist ja in gewisser Weise so eine Art Profi für Personalführung. Du hast 110.000 Mitarbeiter, nicht alle direkt, aber auch viele, die du direkt betreust. Was würdest du sagen, macht für dich eine gute Führungskraft aus? Wie hältst du diesen Laden hier zusammen als Chef? Ich glaube, ich habe mir eine ganze Menge gerade genannt. Vielleicht fange ich mal ein bisschen früher an, weil wir haben natürlich auch Learnings gehabt. Führung ist nicht immer das Gleiche. Führung hat auch immer damit zu tun, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und ich glaube, die Ansprüche an einen modernen Führer heute sind anders als vor 30 Jahren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das Führungsverständnis dann weiterentwickeln muss. Es sind andere Menschen heute, die ausgesucht werden als vor 30 Jahren. Wenn ich jetzt mal in die BASF zurückgehe, wir haben vorhin gesprochen, die meisten waren dann Chemiker, deswegen auch viele leitenden Funktionen waren Chemiker, was natürlich völliger Quatsch ist. Als Chemiker bin ich nicht qualifiziert, HR zu machen. Da brauche ich einen HR-Spezialist, was heute dann auch so der Fall ist. Aber wir haben früher fürs Unternehmen vorwiegend nach der fachlichen Qualifikation geguckt. Also hat der da einen 1er, Diplom und wo hat der studiert, war das ein toller Arbeitskreis und so weiter. Danach sozusagen haben wir die Leute ausgesucht. Sehr stark auch in der Naturwissenschaft, weil die dann erstmal in die Forschung gegangen sind. Aber ich habe es ja vorhin gesagt, Forschung war für die meisten nur ein Teil des Aufenthalts oder des Arbeitslebens. Da kommt ja einiges danach. Wir schauen heute zum Beispiel viel mehr auf Social Skills. Also natürlich muss einer gut sein, in dem, was er macht. Den Anspruch haben wir immer noch. Aber wir gucken eben auch, wie ist die Social Intelligence, sagen wir mal, wie kommt eine Person rüber, wie gut sozusagen kann sie wirklich auf der menschlichen Seite agieren, mit, sagen wir mal, vollem Portfolio der Eigenschaften dann eben als Führungskraft auch nie immer nur perfekt zu sein, sondern auch mit den eigenen Schwächen da zu arbeiten. Und deswegen, wir gucken viel stärker auf dieses Kriterium nach vorne. Und ich glaube, dass dann irgendwann, je höher man auch in der Funktion, in einer Organisation kommt, fachliche Expertise spielen ja immer eine Rolle und dann auch Erfahrung. Aber je mehr, dass man da rauskommt, und wir haben das vorhin ja auch gesagt, von meiner Chemie habe ich nicht mehr viel mit Chemie zu tun, umso mehr verlagert sich das eigentlich. Kann jemand begeistern? Kann jemand motivieren? Hat jemand ein Gespür, die richtigen Menschen auszusuchen und die sozusagen denen zu helfen, dann in ihrem Arbeitsleben und in ihrem Leben zu wachsen? Das sind eigentlich die Eigenschaften, die da viel eine größere Rolle spielen. Wir haben dann früher auch festgestellt, wir haben nicht genug von denen für die neue Zeit. Und da hat sich Gott sei Dank sehr viel in der BASF verändert, dass die jungen Leute, die zu uns kommen, die haben ein anderes Profil als zu meiner Zeit in den 80ern. Als CEO von einem Aktienunternehmen bist du hauptsächlich den Aktionären verpflichtet. Und jetzt haben wir viele Zuschauer, die die ersten Aktien kaufen wollen. Und wir waren Anfang der Woche bei der deutschen Börse, bei Theo Weimar. Und der hat uns auch gestanden, dass seine zweite Aktie, die er je gekauft hat, eine BASF-Aktie war. Und genau. Wenn ich mir jetzt aber euren Umsatz anschaue, entwickelt er sich positiv. Wenn ich aber die letzten fünf Jahre mal zurückschaue, habt ihr 50 Prozent des Aktienkurses verloren, des Wertes der Aktie. Woran liegt das? Also zunächst mal, glaube ich, das möchte ich schon ein bisschen zurechtrücken. Auch das hat sich geändert. Ich bin nicht mehr nur den Shareholdern verpflichtet. Das würde ich auch immer öffentlich sagen, sondern den Stakeholders. Ich glaube, das ist auch ein anderes Thema, dass es nicht sozusagen alles auf Kosten von jedem anderen geht, damit die Aktionäre die maximalen Dividende erhalten. Ich glaube, ein Vorstandsvorsitzender heute muss in Balance bringen die Mitarbeiterinteressen, die gesellschaftlichen Interessen und sozusagen der Kapitalgeber, also Stakeholder Approach. Und ich glaube, das balancieren auch die meisten heute so. Und da kommt es natürlich dann auch daher, dass manchmal, sagen wir mal, die eine oder andere Entscheidung, die man trifft, wie zum Beispiel jetzt die Dekarbonisierung, die viel Geld kostet, für viele der Entscheidungen, die man jetzt trifft, kein Business Case hat. Wir machen Entscheidungen in Investitionen für die Zukunft zu dekarbonisieren mit Pilotanlagen, wo völlig klar ist, mit diesem Geld verdienen wir oder mit dieser Investition verdienen wir kein Geld. Und hat natürlich dann, drückt dann auch mal, sagen wir mal, die Ertragslage, ist aber eine Zukunftsinvestition und auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, zum Beispiel zum Klimaschutz beizutragen. Also insofern muss man das, glaube ich, in Balance halten. Was ihr jetzt ansprecht, ist ja natürlich nicht nur die BASF allein, wenn man das mal anschaut. Also Evonik, das ist ein anderes Chemieunternehmen in Deutschland, geht es genauso. Hat denn überhaupt noch die Chemiebranche, also ein europäisches Chemieunternehmen, hat das noch Zukunft oder macht es noch Sinn, als Anleger in ein Chemieunternehmen in Europa zu investieren. Das kommt auch darauf an, was man erreichen will. Also erstens mal, es gibt eine gewisse Sippenhaft, da geht die Chemieindustrie runter, natürlich die BASF als größtes Unternehmen auch. Man kann es aber sogar nochmal größer machen, wenn Sie jetzt so die letzten sechs Monate angucken, da ist der DAX fast kollektiv ungefähr ähnlich gerutscht, die Automobilindustrie ähnlich wie wir. Es gibt ein paar Unternehmen, die dann ein bisschen einen anderen Verlauf haben, wie jetzt eine SAP oder andere, möchte ich jetzt gar nicht mal nennen, aber sagen wir mal, da gibt es schon so ein bisschen ein Kollektivthema und natürlich hat die Ertragslage in Europa, die Wettbewerbsfähigkeit von Europa, die natürlich im Moment sagen wir mal in Gefahr ist, nicht nur durch die Energiekosten jetzt, es gibt eben vorher schon Themen, Hochlohnland, geringes Wirtschaftswachstum, Überregulierung, das sind alles die Themen, die sozusagen schon im Moment dämpfen und wenn man jetzt auf die internationale Investoren guckt, dann machen die gerade einen großen Bogen um Deutschland und Europa und das ist eben auch ein Grund für den niederen Aktienkurs, dass die Kapitalflucht aus Deutschland, glaube ich, im Moment so hoch ist, wie sie in der Zeit im Krieg nie war und es hilft natürlich nicht, einen Aktienpreis zu treiben. Auf der anderen Seite, der nicht eine Investitionsentscheidung macht, muss sich überlegen, was er haben will, will er sozusagen den Wert generieren über den Aktienkurs, dann glaube ich, gibt es Branchen, die mehr sexy sind, also wenn man das ganze Thema Software, AI nimmt, dann ist sicherlich die Fantasie der Technologie, das was treibt oder man hat eben ein Unternehmen, was mehr, sagen wir mal, traditionelle Industrie ist, wie jetzt die Chemieindustrie, die aber trotzdem eine gute Ertragskraft hat, denn wir zahlen ja eine gute Dividende, da sehen Sie auch, dass es nicht so arg viel gibt, die da mehr bezahlen und es gibt eben viele Anleger, auch die Cashflow wollen, die wollen eine Dividende, weil sie sagen, das ist ein Teil sozusagen meines Lebensunterhaltes und man muss immer auch schauen, was da wichtig ist und deswegen bei uns als Chemieunternehmen auch immer wichtig, dass wir die Dividende, die wir sehr hoch sozusagen in unserer Aufgaben platziert haben, dass wir eben diese Dividenden Erwartungen auch gerecht werden. Wir kommen zum letzten Part und wir reden über ein Thema, du hast es jetzt schon mehrfach angeschnitten, was ich super spannend finde persönlich und zwar die wirtschaftliche Lage, die gesamtwirtschaftliche Lage Europas und Deutschlands. Wir waren vor einigen Monaten bei Tim Höttges und der hatte im Zeitungsinterview da gerade gesagt, dass die Marke Made in Germany bröckelt und der Wohlstand gefasst. Ich meine, du beschreibst das auch, wir haben das Problem, dass unter den Top 100 wertvollsten Unternehmen kein deutsches Unternehmen ist. Exportweltmeister Deutschland, das erste Mal seit 2008, dass die Außenhandelsgranz gekippt. Wie schlecht steht es um Deutschland? Würdest du unterschreiben, dass unser Wohlstand hier in Deutschland und Europa in Gefahr ist? Also ich würde definitiv sagen, dass es in Gefahr ist, aber ich würde jetzt nicht hier denjenigen spielen, der hier Doomsday projiziert und dann sagt, irgendwann ist das Licht aus. Ich bin von Natur aus Optimist und ich sage mal, wir haben ja nicht zum ersten Mal dieses Thema gehabt. Man denke mal so 10, 12 Jahre zurück, da hieß es, Deutschland ist der kranke Mann Europas. Dann kam mal damals die Agenda 2010, hat uns dann glaube ich auch ganz gut wieder nach vorne katapultiert. Zumindest mal hier in Europa haben wir unsere Position verbessert. Ich sage nicht, dass sie gut genug war in der Welt, eben gegen China und andere aufstrebende Nationen, die auch ihre Ambitionen haben und ihren Hut da in den Ring werfen. Aber wir sind natürlich im Moment an einem Punkt angelenkt, wo man das wirklich definitiv schon sagen muss. Europa fällt zurück und aus verschiedenen Gründen. Da ist sicherlich mal das übergeordnete Wirtschaftswachstum, was in den letzten 10 Jahren einfach zu klein war. Überlegen Sie mal, wenn man eine neue Anlage baut und ich möchte da reinwachsen, die voll zu machen und ich habe ein, zwei Prozent Wachstum, dann brauche ich 50 Jahre, bis die voll ist, dann kann ich das Geld nicht verdienen. Das heißt, das macht natürlich so eine Investition viel mehr im Wachstumswagen und da sind wir wieder bei der Frage China. Wenn das halt mit 6 Prozent wächst, ist das was anderes als mit 1, 2. Dann die ganze Thema Regulierung, dass halt bei uns alles zugeschnürt ist. Ist ja furchtbar, wenn man eine Firma gründen will oder auch eine Anlage bauen will, was man da an Behördengängen und Dokumentation hat und wie lange die Prozesse dauern, bis man da durch das Spießrutenlaufen durch ist. Das hilft natürlich auch nicht, sozusagen Investitionen anzuziehen. Dann, ich habe schon gesagt, wir sind natürlich rohstoffarm, wir sind gleichzeitig lohnteuer, sagen wir mal, die Löhne sind hoch und jetzt kommt eben noch das Thema dazu, dass die Energiekosten so exorbitant hoch sind, dass für die energieintensiven Branchen, Kötekämie natürlich in öster Linie auch dazu, das schon jetzt stramm wird und deswegen ist es, glaube ich, wirklich auch wichtig, was in der Politik gerade passiert. Die Bundesregierung sich jetzt darum kümmert, schnell sozusagen Hilfen zu haben, Energiepreise eben zu kappen, dann Stromangebote zu erhöhen, auch der Appell zum Sparen, dass man damit insgesamt sozusagen die Volatilität und das absolute Niveau der Energiepreise wieder runterbringen, weil für viele Unternehmen und da rede ich vor allen Dingen auch für die Kleineren und Mittleren, die in dem gesamten industriellen Ökosystem in Europa eine große Rolle spielen, die werden keine Chance haben, wenn wir denen nicht helfen. Aber deswegen kann natürlich jetzt nicht nur die Krisenbewältigung sein, ich gebe denen Staatsgeld und mache Schulden und jeder, der ein Problem hat, kriegt halt Geld. Da gehört auch die Verpflichtung dazu und das gilt übrigens als Bürger wie auch als Unternehmen. Ich habe auch eine Eigenverantwortung in dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, wo jeder sich ja optimiert. Kann ja nicht sein, dass ich in der Krisensituation die Hand aufmache und sage, jetzt kümmert sich der Staat um mich. Ich habe auch als Unternehmen die Verpflichtung, meine Struktur eben so anzupassen, dass es nach vorne geht. Und ich glaube, wenn wir nicht den Mut haben, Strukturen anzupassen und da gehört auch dazu, dass das ein oder andere Unternehmen es nicht schafft, wenn es nämlich in der Vergangenheit versäumt hat, sich zu innovieren und sich richtig aufzustellen, und dann auch den Mut haben, dass wieder daraus Neues entsteht, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Die schlimmste Befürchtung, die ich habe, es wird alles mit Staatsgeld abgedeckt und man bleibt in der Struktur und wartet, bis der Spuk vorbei ist. Denn wenn der dann mal vorbei ist und vielleicht die Volatilität bei den Energiepreisen draußen ist, dann wird die Welt sich weiter bewegt haben und wir haben eben nicht die Strukturen mit Bewerbssitzenden. Insofern ist der ganz wichtige Punkt jetzt, dass wir als Gesellschaft auch den Mut haben, aufzubrechen, mit dem einen oder anderen Liebgewonnenen auch brechen, auch Veränderung zulassen, entsteht immer was Neues und Unternehmen wie Biontech ist ein gutes Beispiel, hat eben mit was Neuem eben auch eine Weltposition wieder erreicht und da gehört auch dazu, dass eben vielleicht was Älteres mal irgendwie stirbt. Die Schlüsselfrage ist, haben wir mit der Saturiertheit und mit diesem Wohlstand, den wir heute hier haben, die Bereitschaft, in diesen Weg einzutreten. Das ist die Schlüsselfrage. Wenn wir das tun, bin ich absolut optimistisch, dass wir das auch schaffen und ich hoffe es auch für die nächste Generation. Ich habe nämlich auch vier Kinder und ich möchte, dass die ein gutes Leben haben. Und trotzdem ist die Frage vielleicht noch einmal, möchte ich nochmal nachhaken, inwieweit da das Bewusstsein auf der politischen Ebene ist, weil du beschreibst das, wenn man sich die Wertbewerbssituation anschaut, Regulierung, Steuern, Strompreise. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich würde denken, dass ihr, wenn ihr das Werke nochmal neu bauen würdet, zweimal überlegen würdet, ob ihr so eine Chemiefabrik heute in Deutschland baut, im Herzen von Deutschland, wegen diesen ganzen Komponenten. Und das macht schon Angst, wenn man schaut, dass die ganzen großen Startups kommen nicht aus Deutschland, das Wirtschaftswachstum ist nicht hier. Denkst du mit deinem Optimismus, dass auch bei den Leuten, die Entscheidungen treffen können, bei den Politikern und Politikern in Berlin und Brüssel und wo auch immer, das Bewusstsein dafür da ist, dass es da radikale Veränderungen braucht, auch bei Regulierung, Steuern, Energie. Oder ist man da immer noch zu sehr Opfer seines eigenen Erfolges der letzten Jahrzehnte? Das ist wirklich eine gute Frage. Also erstens mal, ich glaube, nein, wenn wir es aus heutiger Zeit mal bauen, würden wir Ludwigshafen hier nicht mehr aufbauen. In Deutschland vielleicht, eher an der Küste, weil wir heute, sagen wir mal, Offshore-Strom und natürlich, sagen wir mal, Import-Export dann eher bräuchte. Also ich glaube, das kann durchaus, könnte das ein Standort sein. Ich glaube, weltweit werden Küstenstandorte einfacher sein als Binnenstandorte. Also da hat sich einfach was verschoben. Was es angeht, den Optimismus und wird da geteilt sozusagen, wenn man mit den Politikern unterwegs ist, ein sehr großer Teil fängt an zu verstehen, dass da was in die Schieflage gekommen ist. Je nachdem, welcher Couleur man dazu gehört und dann auch den Schmerz ertragen muss, dass vielleicht die eigene Weltanschauung vielleicht nicht dazu passt und dass man dann auch Dinge macht, die man eigentlich im Parteibuch nicht hat. Da dauert es dann manchmal etwas länger. Der eine oder andere ist da vielleicht auch nicht, aber es gibt natürlich sehr viele, die sehr wohl erkannt haben, dass da was passiert muss. Brüssel ist ein bisschen weiter noch meiner Meinung nach weg, weil wir haben in Brüssel natürlich mit dem Green Deal zwar eine durchaus interessante und ambitionierte Zukunftsvision und wer kann sich nicht vorstellen, in der Welt mal irgendwann zu leben. Die Frage ist ja aber, wie kommt man da hin? Und es ist natürlich ein Regulierungszunami, da kommen tausende von Zeiten, was man dann alles nicht dürfen. Das macht natürlich die Welt hier gerade nicht einfacher. Sie haben noch mehr Auflagen, die sie machen müssen und da fragt man sich, eine kleine Firma, irgendwo in Deutschland, ein Standard, 300 Mitarbeiter, wie soll denn die diese ganze Regulierung umsetzen? Sowohl von den Humanressourcen, Mitarbeiter, die das können, als auch Geld. Dann nehmen sie das Geld für Regulierungen und investieren sie nicht mehr. Also es wird schwierig. Insofern müsste man eigentlich wirklich hoffen und ich hoffe, dass da jetzt die aktuelle Situation, und wir sind ja noch nicht unten, die Rezession kommt erst noch, dass wir da einfach wirtschaftliche Realitäten haben, wo dann alle auch anerkennen müssen, jetzt müssen wir mit dem einen oder anderen liebgewonnenen brechen, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Also da ist, auf unterschiedlichem Niveau fängt das an sozusagen, diese Realität zu sacken. Was mir am meisten Sorgen macht, und da weiß ich auch nicht richtig die Lösung dazu, wir reden ja sehr viel über diese langen Planungsprozesse. Es dauert ja in Deutschland, je nachdem, was man da macht, unter Umständen zehn Jahre. Und alle sagen auch, es muss schneller gehen. Aber wenn wir uns mal ein bisschen darüber nachdenken, nehmen wir uns mal einfach ein Beispiel. Wir haben irgendeinen Anmeldeprozess für irgendeine Investition. Da gibt es dann verschiedene Gutachten, die da gemacht werden und das dauert dann wirklich zehn Jahre. Was würden wir denn in die Industrie machen, wenn wir so einen Prozess hätten? Wir würden sagen, das ist ein Prozess, das ist der Vergangenheit, der passt nicht mehr in die heutige Zeit. Wir würden einen Process das Re-Engineering machen. Wir würden das aufschreiben, so wie es ist heute, sagen wir zehn Stationen, die und die Zeit. Ich möchte nur vier Positionen drin haben und möchte es in einem Drittel der Zeit. Dann würden wir das aufschreiben, wie das läuft, das Vier-Augen-Prinzip und so weiter und dann etablieren wir das. Das ist auf der Gesellschaftslinie eben nicht ganz so einfach. Sie müssen jetzt zum Beispiel plötzlich irgendeinem Gutachten für Naturschutz und wie auch immer, wenn Sie sagen, brauchen wir jetzt nicht mehr, nehmen wir raus, dann sind wir schneller. Da würde wahrscheinlich diese Parteien, diese Institutionen und NGOs wahrscheinlich vor Gericht ziehen und würden sagen, kann ja nicht sein, dass jetzt mein Gutachten ja nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, was ich sagen möchte, die Fähigkeit, dass unsere komplexe Gesellschaft den Mut findet und den Konsens findet, Prozesse so zu streamlinen, dass Dinge wirklich schnell gehen, habe ich meine Zweifel. Und das ist der eine Punkt, in dem ich wirklich etwas nicht so ganz optimistisch bin, was die Fähigkeiten angeht, wenn wir das richtig machen, dass wir das umsetzen können, natürlich können wir das. Wir haben das schon vorhin angesprochen, die Energiekrise. Hier mit dem Standort in Ludwigshafen habt ihr das größte Chemiewerk und ihr verbraucht dermaßen viel Gas. Wir hatten mal nachgeschaut, 48 Terawatt waren es letztes Jahr. Das ist mehr Gas, ihr verbraucht mehr Gas als die Schweiz insgesamt. Und wenn ich mir gerade mal anschaue, also die Situation ist ja gerade, dass wenig Gas kommt und was bedeutet das für euer Unternehmen und was ist die Lösung in der Zukunft? Also ich meine, wir wollen keine Ressourcen mehr verbrennen. Wir hatten mal die Unterhaltung mit dem Dynamr Truck CEO, der hatte auch gesagt, dass der Energiebedarf in Deutschland nicht über erneuerbare Energien gedeckt werden kann. Also die eine Frage, was bedeutet das für das Unternehmen und was wäre deine Lösung für die Energiekrise, die wir gerade haben? Also nächstes Mal ist es richtig, wir sind ungefähr so viel wie die Schweiz oder in deutschen Zahlen ausgedrückt, vier Prozent vom Verbrauch in Deutschland ist Ludwigshafen. Damit sind wir relevant und damit sind wir natürlich auch immer bei den ganzen Diskussionen irgendwie dabei. Wofür wird das Gas verbraucht? Ich glaube, das ist auch nochmal interessant zu wissen. Die Hälfte für Energieerzeugung und die andere Hälfte ist Rohstoff. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den man im Auge behalten muss, weil der Kohlenstoff oder der Wasserstoff sozusagen aus dem Erdgas dann eben sozusagen der strukturelle Kohlenstoff oder Wasserstoff der Produkte ist, die wir verkaufen und der Löwenanteil der Produkte sind eben organischer Natur und enthalten Kohlenstoff. Der Teil ist nicht ganz einfach zu ersetzen. Da können Sie natürlich dann Prozesse umstellen, aber das geht nicht über Nacht sozusagen auf Ölbasis. Ist natürlich nicht unbedingt den Weg, den man geht. Wir kamen eigentlich vom Öl und sind auf Gas gegangen. Das wieder zurückgehen ist, glaube ich, nicht unbedingt richtig. Da kommt natürlich dann das Thema Recycling über jetzt sozusagen Kreisläufe schließen, Kunststoffe wieder zu recyceln und damit eben sozusagen über die thermische Behandlung von Kunststoffen, diese Öle, die da entstehen sozusagen, dann fossile Rohstoffe zu ersetzen. Hilft natürlich auch. Bei einzelnen Projekten wird Bio-Rohstoffe geben, Biomethan aus Fermentation und diese Dinge. Die werden aber alle nicht das Potenzial haben, dass wir es wirklich zu 100 Prozent ersetzen können. Also wir werden den Rohstoffanteil reduzieren können, aber so schnell nicht auf Null bringen können. Der zweite Anteil ist ein bisschen einfacher und da hängt es eigentlich dran, wie gut und schnell ist die Politik. Wir haben ja einen Windpark oder einen halben Windpark schon gekauft vor der holländischen Küste und der bringt auch schon den ersten Strom, obwohl er noch im Bau ist. Das sind 140 Windanlagen und die ersten laufen da schon. Und wir können uns natürlich sehr wohl vorstellen, dass die gasbasierten Kraftwerke hier in Ludwigshafen, die einerseits Elektrizität, auf der anderen Seite Dampf herstellen, dass man die ersetzt durch Erneuerbaren. Und dann hat man halt den Strom direkt und Dampf würden wir erzeugen über Wärmepumpen. Wir haben viel Abwärme, die man dann sozusagen mit erneuerbarem Strom dann sozusagen dann auch wieder heißen Prozessdampf darstellen können. Also diese 50 Prozent würden wir wegbekommen, umso schneller wegbekommen, je schneller die Politik ist, neue Windparks zu machen. Und da sind wir wieder bei der Genehmigungsfrage. Wir haben jetzt in der neuen Regierung, die das auch adressiert, außer einem Jahr lang geredet, noch kein neues Windparkprojekt. Ich würde gerne noch mal zwei, drei machen, die ich auch dann brauche, um den Standort zu decken. Aber je schneller, desto besser. Aber ich habe sie eben nicht und bekomme sie nicht. Also da ist nochmal die Politik wirklich auch gefragt. Und ich sage auch mal die Gesellschaft gefragt. Das heißt dann auch, dass ich eine Windanlage in meiner Nachbarschaft ertragen muss. Denn ich kann es nicht auf der einen Seite wollen und dann sage ich aber, hier keine Windkraftanlage und da keine Solaranlage. Und das ist wieder diese Veränderungsbereitschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, wo die Gesellschaft dann halt auch sagen muss, wenn das Teil der Lösung ist, muss ich auch bereit sein, das zu machen. Den Konsens sehe ich noch nicht. Das heißt aber, je nachdem, wie schnell das ist, bestimmt die Geschwindigkeit bei uns. Also insofern sind es die zwei Komponenten. Wir werden auch beim einen oder anderen überlegen müssen, langfristig sind wir denn noch wettbewerbsfähig bei Produkten, die sozusagen so gasabhängig sind. Oder gibt es ein paar, wo das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ammoniak ist das Prominenteste, das weiß jeder. Es geht im Wesentlichen in Dünger, geht aber auch in Kunststoffe, in andere Themen. Das war jetzt in der Spitze der Energiekosten so, dass 70 Prozent der Kapazitäten in Europa zu war, weil es einfach mal ein Geld verliert beim Produzieren und man konnte es fast für die Hälfte auf dem Weltmarkt kaufen. Und das sind dann so Strukturelemente, wo es dann schon sein kann, wenn der Energiepreis höher bleibt, dass diese Anlagen dann aus Europa und aus Deutschland verschwinden werden. Und das ist dann Teil der Veränderung, von der ich gesprochen habe. Dass eben auch was verschwinden muss, wenn was Neues entsteht. Also, wir werden unsere Gasabhängigkeit reduzieren, sind auch schon kräftig dabei. Und das sind immer so die Momente, wenn die Krise ist, dann ist die Kreativität im BASF-Team immer am allerhöchsten. Ich bin gerade ziemlich begeistert, was für Ideen die haben. Das macht Hoffnung. Martin, wir kommen, oder dieser eindrucksvolle Parfums durch deinen Lebensweg und auch die Weltpolitik kommt jetzt leider, wie ich sagen muss, zum Ende. Und wir haben traditionell eine Abschlussfrage, die haben wir denen mehr als 50 Gästen vor, die auch schon gestellt. Deswegen, die Erwartungshaltung ist groß. Stell dir vor, Martin, dass du nochmal in unserem Alter bist, so Anfang 20, mit all der Lebenserfahrung, all dem, was du gehört und gesehen hast. Was wären die drei Tipps, die du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben würdest? Gut, ich glaube, ich habe es tatsächlich fast schon gesagt und ich habe zwei 26-jährige Kinder, die beide in der Promotion sind. Mit denen habe ich diese Diskussion natürlich auch viel geführt, die mir übrigens auch, möchte ich wirklich an die junge Generation auch sagen, in vielen Diskussionen, auch manchmal kontrovers, auch geholfen haben, selber auf dem Weg zu bleiben. Meine Kinder haben mir dann zum Beispiel bei dem Klimaschutzthema gesagt, Papa, finden wir absolut geil, was du da machst, bleib dran, mach das und mach es doch noch schneller und so weiter. Hat mir also auch geholfen und ist auch, glaube ich, ein ganz normaler Prozess und auch gut so, dass die junge Generation Dinge anders sieht als die ältere. Das war immer der Motor für Fortschritt. Und ich habe vorhin gesagt, wir müssen uns auch verändern und den Mut haben, mit Altem zu brechen. diejenigen, die das können, das ist die junge Generation. Ich glaube, ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, egal für was man sich entscheidet im Leben, das muss man Begeisterung auslösen. Man kann nicht aus Kalkül einen Beruf ergreifen, wo man sagt, er hat ganz gute Aussichten, aber ist nicht so mein Ding. Ich glaube, man wird kein Top-Performer und ich glaube, den Anspruch, den jeder haben muss, egal was er macht, er muss dann eigentlich oder sie muss dann sagen, wenn ich das mache, dann ist das mein Talent, das ist meine Begeisterung und dann habe ich da eine Top-Performance und trage was bei. Also auf die eigene Stimme hören, was einen wirklich begeistert und was man macht. Das ist das eine Thema. Das zweite ist, glaube ich, das, was ich gesagt habe, die soziale Seite, immer auch, sagen wir mal, so zu bleiben, ausgeglichen zu bleiben, sich für andere Menschen zu interessieren, zu versuchen, sagen wir mal, Gefälle und Potenziale abzubauen, sich nicht selber immer als den Wichtigsten nehmen, sondern sich irgendwie als Teil auch des Gefüges zu nehmen. Ich glaube, die Basis, sagen wir mal, für das soziale Vermögen oder die soziale Intelligenz wird wahrscheinlich zu Hause gelegt. Diejenigen, die Geschwister hatten, die wussten, teilen und anstellen und nicht immer der Erste sein, hilft so ein Verständnis zu haben, kann man aber auch an vielen Stellen im Leben später nochmal lernen. Ich glaube, sich dem auszusetzen und da seine Fähigkeiten zu erhöhen, ist das Zweite. Und das Dritte, das habe ich eigentlich auch schon gesagt, ganz wichtig, man muss dann authentisch bleiben. Das heißt nicht, dass man alles, was vielleicht nicht gut ist an einem, sagt, das ist halt so und ich lasse das. Aber früher hat man eigentlich gesagt, die Schwächen ausmerzen, dass alles stark wird. Ich glaube, kein Mensch ist in allem stark. Heute sagen wir eigentlich eben, stärken, stärken und dann auch eine Schwäche wirklich zu haben. Aber sich dann wirklich auch weiterentwickeln, ehrlich miteinander zu sein, zu sich zu sein und zu sagen, Mensch, wo kann ich denn so mal wirklich nochmal nachlegen? Aber dann auch ganz besonders auf die Stärken vertrauen und sagen, da bin ich einfach viel besser als andere. Das ist mein Punkt, mit dem ich wuche. Also ehrlich sein, zu sich selbst das Richtige aussuchen, soziale Fähigkeiten, sich bewahren und auszubauen und Authentizität. Authentisch warst du. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Also wir haben sehr viele Themen thematisiert. Vielen Dank für die Einblicke. Das war echt schön. Ich möchte mich auch anschließen. Wir hatten das Privileg, mit vielen spannenden Menschen zu reden und kaum ein Gespräch war so eindrucksvoll. Und ich glaube, es liegt maßgeblich an dem, was du vorhin gesagt hast. Du traust dich, dich zu exponieren und auch mal Position zu beziehen. Und ich hoffe, dass du so bleibst. Ganz viel Erfolg euch auch hier in Ludwigshafen. Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr diese vielen spannenden Veranstaltungen mit uns geschaut habt. Wir gehen jetzt in die Winterpause und hören uns dann im neuen Jahr mit vielen neuen spannenden Gästen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir. Alles Gute für euch alle. Es gibt einen Platz und die Zukunft wird gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.